ja die jahre der leute hat er sich um mir zu einer weiteren folge im mein kraft er gilt zusammen mit marcus so alle ja und wir wollen wir diesen hübschen meyer tempel schon weit die es geht langsam das ganze hier auch schon richtig vor mann alles vor mann ja und sonst leute was gibt es nicht ich denke dass eine update mehr vermeiden kraft kann das sein er doch abgabe ich mitbekommen aber halt nur nicht täglich täglich war es um die abdäten das ist ziemlich aufwendig weiß wie viele monster sind doch genug ich bin einmal im jahr oder zweimal im jahr geupdatet wird dann arbeiten wir auf hochtouren die höhe jetzt richtig und es wird nacht oder was nein aber irgendwie ist da unten dunkel wenn du hier bist wenn du hier bist hier ist viel heller als wenn ich hier drüben hinkomme da unten der sand sieht so aus als ob die sonne untergehen würde komisch mittlerer mittlerer tun muss eine spitze drauf hast du so meinst du ja das ist der nebel halt ja so ein bisschen ja so ein bisschen was der nebel aber war es jetzt da nicht runterfallen ist wenn ich höre oder ich weiß nicht ich glaube du bist bist du schon zu hoch ich weiß gar nicht nicht ich höre nicht auch mal ich gehe auf 121 die zahl überraschung ich war mit dem was ich baue ok 122 ja du musst eins runter was ich euch überrasche aber doch eh nur bullshit ey nee das wird cool das gefällt mir richtig das hat mir beim letzten mal schon gefallen jetzt mach ich es grad noch mal oh oh kann nix scheiße werden ja das ist schon so scheiße was ja das ist richtig geil das passt richtig zu unserem gebiet hier zack unser gebiet zack und jetzt brauche ich die dünnen nun die dicken was ist mit dicken diskriminierst du wieder die dicken oder was ja die dicken habe ich davor schon gewahrt was noch ja nicht die dicken diskriminieren ich diskriminier ja eigentlich die dünnen weil die müssen warten bis die dicken dran waren pfff ich stehe ja auch dünner das mache ich schon wieder falsch ja du redest nee das mache ich nicht falsch das kann ich meinst du oh mein kopf ist einfach so ein geiles spiel irgendwie obwohl es total banal ist slapstrip da drüben hatte ich auch slapstrip und was ist das hier oben das spiel ist ja eigentlich total banan das ist nur blöcke übereinandersetzen dass es einigermaßen was nach aussieht ja ja es kommt bald lego worlds raus super nein das ist ein scheiß das kommt nicht an mein kopf ja da wäre ich mir gar nicht so sicher das könnte sogar geiler werden denkste ja was willst du denn da machen mit legosteinen bauen vor allem für leute die in der kindheit viel mit lego gespielt haben ja weil die so lange her als seine kind was habe ich jetzt ja gesagt stone panels trip das werden vielleicht viele das holen aber ich glaube nicht dass es so fame wird wie minecraft glaube ich auch nicht mein kopf ist einfach nein drücke mehr das ist natürlich bitter ne 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 er kann es nicht lesen jedoch kann ich das in der aufnahme jetzt war auch in der aufnahme dass mich getötet hat ohne grund habe ich nicht doch ich hab nur mal geguckt das war ohne grund ist ja nicht ohne grund ich habe mit marcus hinter dem wort gerade nicht mit dir ja und er sich mit marcus anlegt hat ein problem mit mir jetzt auf einmal sonst immer über marcus läster wenn er nicht da ist aber dann ja 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 markus das wollte ich dir schon lange was sagen gibt es werden lässt sich jedes mal herrlichen aber so richtig hart brutal mag es muss immer geben wenn ich über dich lässt das richtig geil er ja auch mal so ich muss was andere leute wie ich so gut denken Moskorn panelstrip und scheiße mache ich den Moskorn panelstrip ach das sind keine soll ich lesen lernen Moskorn panelstrip von dem sich schneiden zwar jetzt geht's auch für dreimal terraforming das ist geil hier oben darf ich schon wieder eine spitze bauen ja vielleicht kriege ich es ja diesmal hin so 4 slabs 1 2 3 4 ein stone dann ein slap das ist dann kommen die jetzt hätte immer auf den Himmel hängen schlatschern wie dies von ihnen hübschern wir können wir das wollen das liebte der Götter zwei europäische und die Peen Lars auch 1 2 so geschafft was ist hinbekommen so wir haben schon mal es gut gelesen sieht es nicht so symmetrisch aus muss ich sagen er ist das ist so symmetrisch 1234 hier 1 2 3 4 5 das merkt er wird er nicht ganz zählen alter 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 als ich über die Tür symmetrisch aber hier hinten ja weil die Tür ist 4 breit und der Turm ist 5 breit die Hände nicht jetzt er natürlich er heißt durch aber wir reißen die Turm weg und lassen wir doch kein Turm weil wir wollen ja in die Mitte noch ein wiesigen Bauern oder er auch können wir den Turm hier wegfetzen er hat sich mehr kaum vorstehen nur ein gießt weil du hast ja nur ein gießt siehst du hast du ja eh so ein riesen Turm dann also siehst du es ja nicht ja ja es ist nicht mehr so auffällig da machen wir uns jetzt mal in den Turm hier ran ok ich würd sagen dass so also dass da 2 breit ist würde ich sagen noch da wollen wir eigentlich außen irgendwie Verzierungen ran machen natürlich die hier bei dem Mauren ja was für welche weil dann wird Akkolle und Transiten ein nein da wobei Fackeln werden schon der Fackeln auch aber Prozent erstmal nein sagen alter so wie du Fackeln anbringen wird wollen wir das nicht machen wie wär's nicht Spaß das ist schön symmetrisch ne so geht eigentlich nicht Töntnis ja sieht scheiße aus soll ich euch helfen ich könnte den Ambus Build Frame Fackeltrick machen mach deinen Teichwörter aber das ist extrem eisend mach grad kein Teichwörter ich mach was anderes ich mach Terraforming ja mach mal weiter Terraforming scheinlich sieht dann unsere ganze Landschaft verhunzt aus und wir müssen ausziehen wir sprengen einfach die Burgen und bauen sie neu auf das ist ne gute Idee macht das da ist ein da fliegt ein Stück Erde rum das ist ja gar nix da kommt ein Creeper so wie bei mir zieht wie Panik und die König du darfst du was erinnern und ich überleg mir mal was für die Fackeln fliegt da Erde das geht jetzt wieder nicht oder was wenn ich dann noch so dann geht's Markus was hältst du von so einer Fackelvorrichtung und die oben hinsetzen wir können ja auch Wohnleuchter bauen gell die oben hinsetzen ja so auf die Höhe ja wenn er die Fackel setzen würde also eins drüber über der Fackel jetzt da sowas da hinbauen also das hier da oben ja so um die Burg rum quasi das kannst du mal machen schau mal wie es aussieht hey jo ich mach mal und danach ich will mich mal auf uns stehen lassen ja das ist halt Michael das ist ja das ist Michael Style ich baue mal ich guck mal was an wenn es mir nicht gefallen mach ich es weg oder schützt zu ja so kürzlich das ist ja auch ohne Mist dein Teich der hat zugeschüttet gehört der war geil du hättest eigentlich gleich mit reingesteckt und mit Lave übergossen gehört ohne Mist ey keine Ahnung was schön sobald du Wigisworn bist hättest du sterben müssen ja aber schau wir waren gnädig und haben nicht leben lassen ja ihr seid gnädig wir auch total auf jeden zweiten Block dann Markus oder wie wir es das von den Abständen her machen so dann jetzt sieht scheiße aus mit der Tür oder ne die Tür ist wie breit hier ja dann muss ich jetzt da hier drüben auch wieder drei machen und über der Tür kommt dann irgendein Bogen hin also hier 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 und hier so dann sollte gehen oder ja guck mal jetzt hab ich kein ähm ähm jetzt hab ich kein ähm was da mehr bisschen mehr oder was oder äh ja noch einige boah alter müsste ja hoch werden und du hast hier auch noch in der Kiste zwei ne es gab es da ja 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 ich hab auch noch stone hier hast du ein Stack Pen ah ne du brauchst Dings ne ganz kleines gib noch hier hast du Cover auf jeden Fall schon mein Stack da hast du noch mal noch mein Stack Cover die großen Lanz mit ich hab schon wieder meine Säge weggegeben oh die Hand ja meine Hand so gefällt mir das jetzt so mit den Fackeln hm naja naja ich bin jetzt noch nicht so überzeugt da soll der Fackelexperte kommen ja komm mal du Fackelexperte oh ich hab mal was essen ne 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 ist unnötig oh vom Turmfallen ist aber nicht gesund ich hab nur noch zu überleben deswegen ja ja unnötig sind langsam gestalt und so gefällt mir das darüber dann noch ein Stückchen noch wollte der Fackelexperte nicht kommen ja weißt du wie weit ich weg bin von unserem Rift ne also äh wollen wir das oben auf den Türmen ein Feuer brennt das hätte irgendwie Style da musst du das Ding holen vom Nether ja eben hm netherracks schau weißt du diese erhöhten Dinger hier wo ich jetzt grad draufstehe dass wir die quasi durch netherrack ersetzen oder ja ja oder die Ecken die Ecken die gehen auch die gehen fast extra die Ecken ja die Ecken sind leider das finde ich glaube ich aber dann muss auf jeden Fall der Baum da noch weggerissen werden weil ich glaube der Baum ist ein Feuer der hier da fackeln halt ab äh dann bin ich ganz schon wieder weg so behindert ne also ich mach das mal ja das sieht gut aus zumindest mal also die sechs Fackeln hier vorne passen oder was ja das sind gut aus es ist Nacht und ich hab keine Ahnung selber mehr ich leg mich jetzt mit Creepern mit einem Eisenschwert an was heute mit dem Flugzeug Profi 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 yes man der Baum ist weg hehehe einfach mal der Baum weg ab ne Sepplings hier will ich nicht vor anderen Sepplings so ne ich verirr mich hier jedes Mal wenn ich aus der Warpttür rauslaufe dann hüpft die irgendwie erstmal in die falsche Richtung haben wir einen Flintern-Stil? ne haben wir nicht aber wir haben einen Flintern-Stil aber wir haben einen Flintern-Stil ne haben wir nicht aber wir haben einen Flintern-Stil ne haben wir einfach ein halb Stacks Truppenholz ne diesen Baum erstmal rausgeflogen ne ja gehört sich ja eigentlich selber gekickt ja boah da ist tschick juhu mit der Amplation hier die Ecken also oh 100 mehr und schon 155 Juhu ne boah so hoch ne blint der sechste so hoch oder ähm tiefer Worte fahrrad ich habe vor allem nicht gerade hoch die Euro nicht gerade hoch das heißt schon so ein bisschen zusammenlaufen mit so ein paar Verschnörkelungen irgendwie so wie halt drüben also ich wird kein geraden Turm bauen er trüben so ein gerader Turm da wurde wo uns allerdings drin ist halt das ist ja kein gerader Turm sondern er läuft nach oben so zu einer leichten Spitze zusammen er wird nach oben hin immer dünner der das wichtigste ich werde erst mal alles von der Höhe her jetzt wird es jeder Mann die Höhe da was die Höhe er und dann noch mal die Schicht drauf oder was die Autorne nein Alter ich nicht wird sagen die Höhe so im Stadion wenn es fertig ist oder vielleicht noch ein paar Blöcke höher hinterstellen ja die sehen ein bisschen crazy aus jo ist es wieder Tag Gott sei Dank ne ist es nicht Tag es wird Tag ne für dich nicht also es ist hier dann der Boden oder es endet da die Spitze wo ich jetzt drauf stehe die Spitze da ja so ein paar Blöcke Höhe hätte ich die Spitze gesetzt wie du jetzt bist und den Weg also ich hätte es vielleicht gesagt noch so äh Sven da die Spitze setzen quasi ich weiß also diese Fläche dann große Fläche da würde ich sagen irgendwie eine Spitze hin will dich nicht unterbrechen Sven aber ich weiß wie oft noch dann mach was ne doch nicht wenn du das sagst ich hab eigene Gedanken glaub ich das nur ja das war's für mich in dieser Folge bis zum nächsten Mal bei Minecraft her get the light servus hellüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü